ach die haben so kinder kinder es geht gegen hände glaube ich es wirkt ein bisschen schloss und so es wirkt wie schloss und so meine ich das klingt matschig naja speichern stand haut ab kinder habe ich mich jetzt wieder selbst umgebracht ich hoffe doch nicht naja gut versuchen wir unser glück anderweitig nein das hat nichts gebracht nicht sterben doch sie ist gestorben nun ellis wie gehen wir an stirb so messer komm her stirb nein klappt nicht stirb verdammt warum weiß der genau wann ich da wegkommen blöde kuh man heute ich springe gleich freiwillig in die klippe so wenn ich da so rein lauf dann habe ich ein großes problem denn ich sterbe ich kann aber nicht anders rein deswegen muss ich das irgendwie bewältigen irgendwie fragt sich zwar ja gut welche gehe ich das so so zwei sind tot jetzt wird gespeichert jetzt gilt es sich an den anderen vorbeizuschleichen was nicht einfach sein wird ja hui hau ab wo sind denn die hau hau immerhin bin ich schon mal weiter gekommen als vorher ich habe das speichern wo ist denn der typ au hau 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 damit hast du nicht gerechnet, wa hau alter hau 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 so das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus habe ich das auch wieder geleistet hey wie schön hm hau 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 da bilde ich mir den ein das ist echt ein bisschen schleimig hier, muss ich ganz ehrlich sagen hau 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 schleimig schleimig ist das gut dass ich da jetzt hingehe, ich weiß es nicht ich habe irgendwie das gefühlt hm schlosswache das reicht der Hetzkönigin ja es geht voran eieieieiei es wird auch nicht unbedingt leichter hier aber es ist zu bewältigen wenn ich daran denke, dass ich das lediglich auf Mittel spiele also vom Schwierigkeitsgrad her wird mir ein bisschen schlecht denn ich möchte nicht wissen, wie schwer und Albtraum sich spielen könnte man mal ausprobieren aber ne nein die Königin die Königin meinen Zahn für die Königin wo ist diese elende Kreatur hm deinen Zahn für die Königin ok hübsch man höre sich diese wundervolle Musik an wieder einmal grandios Musik wir kennen sie schon sturm da bin ich ja gut ausgewichen hahaha was ist das da ach 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 ich muss das lernen das Ding früher abzuschießen ich kann das noch nicht einschätzen wann die sterben das ist so ein bisschen blöd hä was muss ich denn hier machen schweiß es net hm 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 nein von da unten kommen wir oh oh jung unge wo bist du ich stammt auf dir du bist schon längst tot und ich verschieße dich immer noch das ist ja Quatsch ach das ist Peak gut ähm wir haben hier die Karten ja die Farben das heißt die Farben oder ich glaube ja gut dann hüpfe ich mal wieder runter aua und tu mir weh dabei sehr gut super Alice du hast es voll drauf ich glaube hier ist nicht so intelligent da rein zu hüpfen da werde ich einfach mal durch jetzt gehen was hilft ja nix ach Kerl nochmal von diesen Spacken hallo Spacken du hast auch die farze Seite gekocht du bist so intelligent das ist der Wahnsinn ich möchte dich umarmen Brake Dance yeah komm ab Junge das kann nicht wahr sein was passiert hier hm ne Moment das ist der Falsche oh Gott nein oh ich hab mich schon wieder verladen oh Kinder was ist denn los hier laden danke oh nein ja ich werde alt mein Gott das ist einfach so glaube ich glaube ich manchmal nee hab ich schon gesehen wen die sehen jetzt gehe ich direkt hier hin das macht ja keinen Sinn hallo nein Moment wo sind sie ah da sind sie oh haut ab haut ab ja so muss das mein Gott warum kann es nicht immer so laufen Speichhorn so wir gehen mal hier lang was sind das für Bilder an der Wand ich möchte es gar nicht wissen ach ah hallo na freund aua nur wenige finden den Weg manche erkennen ihn nicht manche wollen das gar nicht hä das hab ich doch schon mal gehört stirb nun ja gut da ist auch noch einer so anscheinend können wir hier nicht durch sonst wäre dieser wundervolle Schalter nicht da also speichere ich und betrachte die Bilder da unten das ist der Hutmacher das ist keine Ahnung ach Tweedledee und Tweedledum ich geh mal nach unten das ist gerade viel interessanter da Tweedledee oder Tweedledum je nachdem der Hutmacher und der Jabberwocky yeah ist das hier der Gedenkstein ist das der Gedenkstein für die ich weiß es nicht ein Spiegel oder so ich war gerade etwas verwirrt und warum kann man den das ist ein merkwürdiger Spiegel und das hier ist das auch ein Spiegel nein kein Spiegel ja gut egal ich lege den Schalter um und bin gespannt was passiert ein bisschen aber nur ein bisschen schön Untertitelung des ZDF, 2020